So langsam wird der Transfersommer von Hertha BSC so richtig heiß. Die neuesten Gerüchte sprießen aus dem Boden und es gibt immer und immer wieder neue Gerüchte. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute geht es natürlich um die neuesten Gerüchte und Transfer News rund um Hertha BSC. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir sofort los und fangen wir an bei Deyshon Redan. Deyshon Redan ist ein Spieler, dem wir jetzt wieder erneut verleihen und zwar dieses Mal nicht an Peck Zwolle, sondern an den FC Utrecht. Wir haben zusätzlich den Vertrag mit Deyshon Redan um ein weiteres Jahr bis zum Jahr 2024 verlängert und der FC Utrecht hat sich während dieser Leihe auch zusätzlich noch eine Kaufoption gesichert. Das heißt, Redan wird ein weiteres Jahr, jetzt schon das dritte Jahr in Folge, in die Niederlande, in die R-Devise ausgeliehen und soll dort seine Qualitäten unter Beweis stellen. Man muss eben auf seine letzte Leihe schauen. Zuletzt war er auch an Peck Zwolle ausgeliehen und dort hat er so semi-gut funktioniert. Er hat in 26 Einsätzen 6 Tore und 3 Vorlagen gemacht und war teilweise eigentlich schon echt schwach unterwegs und soll es jetzt nochmal beim FC Utrecht erneut beweisen. Zusätzlich muss man halt eben auch sagen, konnte sich der FC Utrecht eine Kaufoption sichern und es ist auch recht wahrscheinlich, dass sich Hertha BSC eine Rückkaufoption gesichert hat. Wie gesagt, ein sehr spannendes Thema. Deyshon Redan haben wir in der Saison 19-20 für knapp 3-4 Millionen Euro verpflichtet, aber so richtig funktioniert hat er bei uns nie. Er war dauerhaft ausgeliehen und hat auch dort so teilweise überhaupt nicht funktioniert. Er muss noch ein bisschen was an Qualität zulangen, um auch in der Bundesliga zu funktionieren. Deswegen kann man sagen, viel Glück in den Niederlanden, vielleicht klappt es ja beim dritten Anlauf mit dem endgültigen Durchbruch. An dieser Stelle auch noch einmal der kurze Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal und morgen in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und solltet euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da und gehen wir auch sofort rein in die nächsten News und fangen wir an. Jetzt mal mit einigen Gerüchten, die momentan ja wirklich sehr krass dominante sind und zwar zum einen Amado Diawara. Darüber hatte ich bereits schon gestern berichtet, aber ich glaube gestern ist das Thema ein bisschen runtergerückt, da natürlich gestern Kai Bernstein zu dem neuen Präsidenten von Hertha BSC gewählt wurde. Nichtsdestotrotz möchte ich noch einmal darüber sprechen und zwar Amado Diawara ist momentan Spieler bei Ars Rom, ist ein Sechser und kommt aus Guinea, spielt momentan für Italien unter Horsey Mourinho überhaupt keine Rolle und grundsätzlich muss man eben sagen, dass Hertha BSC Interesse an diesen Sechser hat. Dieser Transfer sollte, wenn er so durchgehen sollte, eine Laie mit einer Kaufoption sein, das heißt, dass wir Amado Diawara ausleihen würden vom Ars Rom und zusätzlich eine Kaufoption so in Höhe von 9 bis 11 Millionen Euro sichern könnten. Man muss halt eben sagen, in der Serie A hat er wirklich die letzten drei Jahre, beziehungsweise die letzten zwei Jahre eher wenig gut funktioniert, konnte aber bereits schon für den SS-Signabi und auch für den Ars Rom wirklich seine Qualitäten zeigen. Er hatte phasenweise einen Marktwert von 23 Millionen Euro und war einer der Schlüsselspieler im System der Roma. Und grundsätzlich muss man halt eben auch sagen, hat er auch schon oft genug seine Qualitäten bewiesen. Er ist ein Sechser, der nicht wie Santiago Ascaciba funktioniert, sondern auch wirklich einen starken Spielaufbau hat und grundsätzlich hinten auch alles dicht hält. Er ist eher weniger der Abräumer, sondern wirklich einer, der nach vorne agiert, so eine Art zurückgeschobener Spielmacher ist und der vor allem von hinten heraus das Spiel aufbaut. Und genau so ein Sechser fehlt uns. Wir haben teilweise mit Luka Tussar diese Strukturen, aber wir brauchen einen wirklich richtig starken Sechser, der dann dementsprechend auch das Spiel von Sandro Schwarz von hinten hinaus aufbaut und sich dementsprechend vielleicht auch mal in eine Fünferkette fallen lässt oder sich zwischen die Innenverteidiger setzt und halt eben auch Züge nach vorne zeigen kann. Das hat er bei der Ars Rom schon sehr oft bewiesen, aber man muss bei ihm sagen, das Interesse besteht momentan von Hertha BSC und einige berichten auch, dass man bereits ein Angebot vorgelegt haben soll, aber es gibt Interesse von Schalke, Augsburg, Gladbach, Hoffenheim und dem SC Freiburg. So, das ist recht schwer, dass wir uns hier durchsetzen könnten. Nichtsdestotrotz wäre es meiner Meinung nach, sollten wir uns hier durchsetzen, ein sehr, sehr guter Transfer und vor allem auch würden wir erstmal nicht so viel Geld bezahlen, da wir uns ihn ausleihen würden. Es soll vor allem ein Vorgriff auf diesen möglichen Santiago Ascaciba-Abgang sein, der sich auch möglicherweise noch anbahnen könnte. Und von dort an wäre das, denke ich mal, ein sehr guter Vorgriff und ein recht guter Transfer für uns. Grundsätzlich kann man auch eben sagen, Santiago Ascaciba ist heute auch wieder ins Training bei Hertha BSC eingestiegen und man kann vielleicht abwarten. Vielleicht wird er doch nicht fest wechseln, wobei man halt eben sagen muss, es war schon von vorne in einem Fest, Santiago Ascaciba möchte den Verein verlassen und kehrt aber ab dem 27.06. dann ins Training zurück. Das heißt, wie gesagt, abwarten, was bei Santiago Ascaciba passiert. Es gibt sehr viele interessierte Vereine, vor allem aus einem Heimatland aus Argentinien. So, jetzt gehen wir auf die nächsten News ein. Und zwar ist es noch nicht alles, was ich hier heute im Rucksack habe. Zum anderen habe ich auch noch im Rucksack Jackson Muleka. Ja, es gibt einige Vereine, die Interesse an ihm haben und unter anderem auch Hertha BSC. Sehr interessanter Spieler, der tatsächlich in der letzten Saison seinen Durchbruch hat. Er spielte nämlich in der letzten Saison leihweise Vorderstatter Lüttich für Kampi Pasa. Das ist ein Verein in der Türkei und in der Türkei hat er richtig gut funktioniert. Er hat in 14 Süperleague spielen, das heißt in der ersten türkischen Liga, zwölf Tore und fünf Vorlagen gemacht und hat dort funktioniert wie kein Zweiter. Er hat pro 89 Minuten ein Tor geschossen und hat Kampi und Sava wirklich, muss man sagen, wirklich ein neues Beeren gehoben. Er hat dort richtig gut funktioniert und ist ein, ja, so eine Art, ich würde es vom Stürmertyp einschätzen, ein sehr kleiner Stürmer, ein sehr technisch starker Stürmer, der wirklich es schafft, das Spiel und die Verteidiger auf sich zu ziehen und damit wirklich einige Tore zu erzielen. Er hat einen richtig starken Abschluss, er hat eine richtig gute Technik und könnte möglicherweise sehr gut zu uns passen. Mit 1,80 hat er auch sogar recht dafür, recht viel Tempo und eine halbwegs große Physis und passt ganz gut eigentlich in das System der Bundesliga. Man muss eben sagen, sein Vertrag bei Kampi Sava läuft eben nur bis 2022 und deswegen wird er jetzt zu Standard Lüttich zurückkehren und Standard Lüttich, sein Vertrag in Standard Lüttich läuft bis zum Jahr 2024 und nicht nur Hertha hat Interesse, sondern auch Stuttgart, Schalke und Olympique Lyon. Wie gesagt, er hat dort sehr gut funktioniert und könnte halt eben unser neuer Stürmer sein. Wir geben ja Isak Belvedil ab, wir geben vielleicht auch einen Davy Selke oder einen Stefan Jovetic ab und damit haben wir nur Jessica Nankam, Stefan Jovetic, die so wirklich auf der Stürmerposition spielen können und da möchte man sich auf jeden Fall verstärken. Das hat man ja in den letzten Gerüchten gesehen. Man möchte sich dort verstärken und vielleicht könnte er auch eine gute Option sein. Er spielt auch für die kongolesischen Nationalmannschaften, hat dort bereits auch schon 13 Mal gespielt und was man auch noch zu ihm sagen muss, er ist erst 22 Jahre alt und mit 22 Jahren hat man noch recht viel Entwicklungspotenzial. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das für ihn ein sehr guter Schritt sein könnte. Eine Ablösumme rund um 4 bis 6, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Millionen wären nötig, aber auch diese Ablösumme wäre für uns in momentaner Verfassung schwierig stemmbar, aber es wäre eine Option, wenn wir uns im Sturm zum Beispiel von Christoph Biontek trennen und wir ihn dann mit zum Beispiel Jackson Muleka ausbauen würden. Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Option, die wir auch ziehen könnten, um auch unseren Kader qualitativ zu stärken. Wie gesagt, man muss erstmal abwarten, ob und inwiefern er natürlich bereit ist, auch zu Hertha BSC zu wechseln. So, jetzt kommen wir aber langsam auch mal zum letzten Gerücht des heutigen Tages und zwar geht es um Joao Petro. Das ist sogar ein Name, der könnte euch allen Dingen etwas sagen. Ja, italienische Medien berichten, dass sowohl SC Freiburg als auch Hertha BSC und der SSC Neapel Interesse an Joao Petro haben. Das ist ein recht interessanter Spieler, denn er ist 30 Jahre alt und ist wirklich ein nachhaltig, richtig guter Stürmer. Er spielt momentan für Caligari, Calcio und hat in tatsächlich 37 Serie A Spielen 13 Tore und 4 Follern gemacht. Und jetzt kommen wir schon zum Riesenmanko. Er ist 30 Jahre alt und funktionierte bisher nur in Caligari, Calcio und was man dazu eben auch sagen muss, er hat einen Marktwert von knapp 12 bis 10 Millionen Euro. Und um ihn zu verpflichten, müssten wir eben 12 bis 10 Millionen Euro zahlen und deswegen glaube ich, dass das eine Ende ist. Hertha BSC Transferpolitik wird vor allem davon ausgezeichnet, dass man sich nach jungen, vielversprechenden Spielern umschaut, die vor allem so wenig Geld wie möglich kosten. Molika wäre zum Beispiel einer dieser Kandidaten oder eben halt eine Laie von Diawara. Das wären beides stemmbare Transfers für uns, aber 10 Millionen Euro für einen alten Spieler ist recht, recht unwahrscheinlich. Und deswegen würde ich sagen, dass dieser Transfer auf jeden Fall eine Ende ist. italienische Medien berichten drüber. Vielleicht hat ja der SC Freiburg von deutscher Seite auch das Interesse, aber auch das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Denn auch Freiburg ist ein Verein, der sehr viel momentan auf das Geld achtet und versucht, schlaue Transfers zu tätigen. Und ich glaube, er passt nicht dazu. Er ist auch Kapitän bei Caligari, Calcio und deswegen könnte ich mir eben auch vorstellen, dass dort, ja, dementsprechend Caligari auch versucht, ihn zu halten. Meiner Meinung nach wäre es auch aus unserer Perspektive kein so schlauer Transfer. Wenn man mal eben auf seine Werte schaut, muss man halt eben sagen, dass er eh nicht ein Spieler so ist, der nicht als Stoßstürmer performt, sondern eben auch meistens als hängende Spitze. Und so ein Spieler wird im Sandro-Schwarz-System natürlich eher weniger seine richtige Rolle finden, denn im Sandro-Schwarz-System ist ein pressender Stürmer ganz vorne natürlich notwendig. Deswegen, denke ich hier, handelt es sich um eine Ente, aber ich kann es mir einfach auch grundsätzlich nicht vorstellen. Soviel zu diesen ersten Transfers, soviel zu den heutigen Transferen. Es ist, wie gesagt, heute das Video leider ein etwas kürzer. Ihr merkt schon, es ist auch schon recht spät. Ich muss das Video auch noch heute hochladen. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, lasst super gerne einen Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Und natürlich, join gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist jetzt ab jetzt unten in der Videobeschreibung. Zu jeglichen Streams, die jetzt übrigens immer dienstags und sonntags sind, werde ich natürlich dementsprechend auch eine Community-Runde machen. An dieser Stelle, genießt diesen Abend. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Stream und einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt den Abend. Tschüss.